Ja, hallo zusammen. Als nächstes sehen wir uns noch zwei Beispiele für Jacobi-Matrizen an. Und zwar war ja die Jacobi-Matrix die Ableitung einer vektorwertigen Funktion. Schreiben wir mal wieder eine vektorwertige Funktion hin, und zwar diesmal die Funktion f, die nur von einer Variable x abhängt, wo der Funktionswert aber ein Vektor ist. In der ersten Komponente steht x hoch 3 und in der zweiten steht 2x. Ja, und die Jacobi-Matrix, dafür haben wir in j geschrieben. Als Index schreiben wir dran, von welcher Funktion, also jetzt hier von der Funktion f. Und als Argument schreiben wir die Variablen hin, hier haben wir nur eine Variable x. Dann war das ja jetzt so, dass wir bei der Jacobi-Matrix in die Zeilen der Jacobi-Matrix die Gradienten der Funktionen, die wir in den einzelnen Komponenten bei der Funktion stehen haben, hinschreiben. Und bei der Funktion f haben wir ja jetzt hier zwei Komponenten, also werden wir zwei Gradienten haben. Und die Funktion f hängt nur von einer Variable ab. Das heißt, in den einzelnen Gradienten steht jeweils nur eine partielle Ableitung oder eine Ableitung dann nur. Und da haben wir einmal x hoch 3. x hoch 3 ist abgeleitet 3x². Das steht also jetzt in der ersten Zeile der Jacobi-Matrix und da wir keine weiteren Variablen haben, sind wir da auch schon fertig. In der zweiten Zeile brauchen wir den Gradienten von 2x. Auch hier bei unserer Funktion f haben wir eine Variable, also gibt es bei dem Gradienten nur eine Komponente, nämlich die partielle Ableitung nach x. Also die ganz normale Ableitung nach x und 2x nach x abgeleitet ist 2. Und dann haben wir da was Neues stehen. Als Jacobi-Matrix bekommen wir jetzt einen Spaltenvektor raus. Das ist also dann der Fall, wenn wir den Spezialfall haben, dass die Funktion, die vektorwertige Funktion nur von einer Variable abhängt. Also hinter so einer Ableitung, und wir hatten ja für die Ableitung auch dann einfach f' von x geschrieben, dann kann sich dahinter eine Funktion verbergen, wie das in der Schule war. Es kann sich ein Gradient verbergen, wenn wir da eine Funktion mit mehreren Variablen haben, eine reellwertige, dann war ja die Ableitung ein Gradient. Es kann sich dahinter eine Jacobi-Matrix verbergen, also eine ganze Matrix, wenn wir eine vektorwertige Funktion mit mehreren Variablen haben. Und wenn wir als Spezialfall dann eine vektorwertige Funktion mit einer Variable nur haben, dann verwirkt sich dahinter ein Spaltenvektor, wie wir das jetzt hier in dem Beispiel sehen. Und ein Beispiel, wo das auch wieder so ist, werden wir dann noch brauchen, wenn wir den Satz von der totalen Ableitung uns ansehen. Und zwar kommt da eine Funktion vor, die heißt x von t. Und das ist auch wieder eine vektorwertige Funktion, die nur von einer Variable t abhängt. Und die einzelnen Komponenten sind da x1 von t, x2 von t und so weiter bis xn von t. Ja, und auch da rechnen wir jetzt wieder die Jacobi-Matrix aus, von der Funktion x an der Stelle t, also schreiben wir j für Jacobi-Matrix, als Index die Funktion x, als Argument die Variable t. Und auch hier wieder eine Funktion von nur einer Variable t. Das heißt also, die Jacobi-Matrix vereinfacht sich zu einem Spaltenvektor, weil jeder Gradient nur aus einer Funktion besteht, nämlich der Ableitung nach t in diesem Fall hier. Das heißt, in der ersten Zeile haben wir den Gradienten der Funktion x1 von t stehen, das ist x1' von t. In der zweiten Zeile den von x2 von t, das ist x2' von t. Und so weiter in der Endenzeile xn' von t. Ja, also auch hier haben wir dann als Jacobi-Matrix einen Spaltenvektor. Und diese Funktion, diesen Spezialfall, den werden wir dann brauchen, wenn wir uns den Satz von der totalen Ableitung uns ansehen werden. Also, was wir uns jetzt vielleicht noch merken können, wir können jetzt, wenn wir so eine Funktion haben und da f' von x als Ableitung steht, dann kann da sich eine einzelne Funktion hinter verbergen, ein Zeilenvektor für den Gradienten oder eine ganze Matrix. Und im Spezialfall kann diese Matrix dann auch wieder nur ein Spaltenvektor sein. Das heißt also, wenn wir eine vektorwertige Funktion von nur einer Variable haben, dann bekommen wir als Ableitung hier so einen Spaltenvektor. Ja, soviel zur Jacobi-Matrix und zu den Beispielen dazu. Bis bald!